So, Level 4 in der Welt hier. Oh ja, in dieser Welt hier. Oh, das sieht man. Oh, nice. Überhaupt nicht. Düm, 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 düm. Verdammt, ich hab den Klauhr als Fall nur belassen. Das ist überhaupt nicht schön. Naja, lassen wir das. Tuck, 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 da unten noch nicht drauf. Okay. Wo muss ich... Wo... Ah, hier bin ich... Düm, düm, düm. Oh, Krokus mit einer Taucherbrille. Das ist ja gemein. Woh-ho-ho. Schnappi. Meine Schnappis. Okay, sehr, sehr fieses Spruch. Passagen... Pass... Okay. Das geht ja nochmal gut hier. Ist nichts. Schnappis. Oh. Schnappis. 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 Harkops. Jee. Ach ne, der soll mich füttern. Komm, fütter mich. Fütter mich. Fütter mich. Fütter mich. Fütter mich. Schnappis. Was habt ihr mit mir gemacht? Oh-ho. Oh, nein. Ich bin so dick. Und so monströs. Ich will wieder dünn werden. Was heißt dünn? Naja. Au. Verdammte. Okay. Was lässt du bedeuten? Gar nichts anschaut. Oh, no. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Okay. Huah. Ah. Verdammt. Ha ha. hattest du getroffen. Laps gesaufen. Du hast mich nicht getroffen. Ich baste in schlaps gesaufen. So. Machen wir mal da oben. Dann war ich doch schon richtig. Kesonge. Nein. Hast mich wieder dick gemacht. Mach mich wieder dünn. Ich mach mich wieder dünn. Hm. Kann man von einem Apfel Von einem Stück Apfel so ticken Oh man, die armen Menschen, die wirklich so Oh Hä? Achso, ich verstehe Dieser Fall muss Ja, komm, komm, komm Bravissimo Okay, und jetzt Okay, Diamant Kopf Was zum Das wollte ich nicht Das wollte ich Das Oh, das hier Oh, okay Sprünge machen Mit Wawawari Ist nicht so einfach Aber sehr entspannt Gerade das Level hier Ich weiß nicht, ob unten was ist Muss ich gucken Ich weiß nicht, dass ich hier meine Kiste verpasse Nein, natürlich nicht Natürlich ist da nichts Bei der reinen Schikane hier Da ich kein Gameboy mehr besitze, ist das perfekt hier Das Spielchen Ach, ich lüge es Auch wenn es Ich glaub Ich glaub Einer der schwierigen Wario-Teile sind Meine ich Zum Wissen Müssen Teil 3 Teil 3 habe ich Teil 3 habe ich allerdings Auch wenn ich keinen Gameboy mehr besitze Aber Teil 3 besitze ich noch Das war mein erster Wario-Wario-Teil Ja Das war er wohl Okay Was zum Was ist ihr denn von mir? Hä? Was? Okay Schon das Ende hier Oh, 4 Minuten Was zum Ach du heilige Maria Mutter im Himmel Geheilig werde dein Name Was ist denn hier? Oh, da ist eine Kiste Seht ihr? Seht ihr? Ist immer wichtig hier Zu kontrollieren Ja, okay Da oben Kann ich nichts machen Zack Zack Ich finde es auch erstaunlich Wie dünn sich Mario doch Wario doch Machen kann Oh, da oben Wie dünn sich Oh, da oben Ja, doch, ich muss hier lang, dann schreit. Wohoho! Doch, hier war ich doch schon. Hm, so bin ich nicht vorhin hier schon lang gegangen. Fick dich. Fick dich. Okay. Sollten wir nicht so viel rumspielen. Und jetzt beeilen! Oh nein! Nein! Der Feuer never in die Luft fliegt, wenn wir alle verloren sind. Nein! Oh! Oh! Oh, das war knapp. Sehr gut getimt. Okay, da müssen wir jetzt drauf. Damit wir den Schlüssel kriegen. Jawoll, Ski! Und ab! Ach. Wir müssen das ganz umständlich machen. Gut. Gut. Und so! Paria! Mal wieder triumphierend hat Varou gewonnen. Allerdings ohne CD. String, String, String. Okay. Tür zum Boss ist offen. Heftig. Gut. Und wir können jetzt Kaktus besiegen. Und wie wir das machen, sehen wir im nächsten Teil.